Die Szene war auch schon in den Dreharbeiten. Ziemlich groß, ziemlich heavy. Das ist wirklich schon einer der stärksten Szenen. Ich finde, es gibt aber wirklich viele, als er aufwacht und sie erzählt ihm, dass der Vater entführt wurde und er kann es erstmal nicht glauben. Auch in seinem Buch stand, was man hoffentlich auch im Film gesehen hat, hat er nicht sofort angefangen zu weinen, war erstmal geschockt. Sein erster Gedanke war, dass er erleichtert war, dass er die Lateinarbeit nicht schreiben musste, wofür er sich dann auch später schlecht gefühlt hat. Aber es gibt viele interessante Momente, eigentlich fast jeder finde. Es gibt viele Szenen, viele tolle Szenen, wie sich die ganze Beziehung zwischen den Angehörigenbetreuern auch verändert. An Kathrin Scherer, auch seinen Vater, den er richtig vermisst. Und auch die Angehörigenbetreuer, als die kamen, weiß ich noch, da dachte ich mir auch schon, dass er natürlich in der Situation bedrückt war. Es war ja eine schlechte Situation, aber auch trotzdem cool fand, wie diese ganzen Polizisten mit dem ganzen Equipment kommen und für so einen Jungen ist das schon auch spannend gewesen. Obwohl es natürlich eine schreckliche Situation ist. Hans Christian ist ja auch ein sehr gründlicher, detaillierter Regisseur, der sein Handwerk kennt, also sehr sehr gut macht seine Sachen. Das finde ich, der Film ist auch anspruchsvoll geworden, was ja heutzutage finde ich eher unüblich ist. Es geht immer eher um schnelle Cuts, nicht so viel Ruhe, schnell Action, bisschen Story und eher finde ich nicht so, finde ich eher oberflächlicher. Bei Hans Christian war halt noch diese Ruhe drin, einfach einen stillen Moment haben sich Zeit gelassen, obwohl der Film ja trotzdem sehr sehr spannend ist. Und er auch alles richtig richtig durchgeplant hat, dass man dann von dieser Einspannungsszene erstmal ein bisschen Ruhe hat in der nächsten, um das zu verdauen. Und diese Ruhe, finde ich, ist auch eigentlich ganz wichtig, dass man selbst nachdenken kann. Und ja, es wird ja auch viel mit Blicken erzählt, auch von meiner Seite, da Johann ja so der Beobachtende ist, viel mit Blicken und der Emotionen erzählt wird, nicht so viel mit Sprache. Wir haben uns vorher leider nicht getroffen, erst im Nachhinein in seinem Studio. Da vorher ging das nicht, war mit Termin so. Aber ich habe sein Buch gelesen. Es gab viel Recherchematerial, ganz viele Artikel und so weiter, um sich erstmal mit der Geschichte so bekannt zu machen. Und dann, sein Buch war wirklich schon ziemlich detailliert halt, beschreibt detailliert, wie es der Familie erging, wie es Johann erging, auch ja aus seiner Sicht. Dann gab es nochmal für das Team eine Chronik, mit ganz vielen gesammelten Informationen, quasi jeder Tag der Entführung mit, aus allen Sachen gesammelt, richtig, richtig detailliert beschrieben. Das war auch super. Es verändert sich ja im Laufe des Filmes. Am Anfang ist es noch eher diese distanzierte, kältere Beziehung. Der Vater, der mit ihm Latein lernt, die Mutter. Es ist nicht so eine gemütliche Umarmung, Beziehung. Aber im Laufe des Filmes, durch dieses Trauma und durch diese schreckliche Entführung, kommen sie mehr zusammen. Es gibt dann auch Momente, auch auf der Treppe, wo er seine Mutter tröstet. Und da merkt man, wie sich die Familie so zusammenzieht. Auch am Ende dann mit Jan Philipp, der davor halt der nervige Vater war. Wo Johann dann auch halt im Laufe der 33 Tage gemerkt hat, wie sehr ihm etwas fehlt. Wie sehr ihm sein Vater fehlt. Da man solche Sachen ja erst eigentlich merkt, wenn sie weg sind, wie wichtig sie dann wirklich sind. Also der Vater ist ja jeden Tag da und dann denkt man ja, ist auch mal genervt. Aber wenn er weg ist, dann merkt man halt, wie nah der MS.